Moin! Heute möchte ich mit euch über die Smart City Charter sprechen und was diese für unser, ja, zukünftiges Leben bedeutet. Das hier ist vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit. Das klingt erstmal hier ganz trocken, aber ich verspreche euch, es wird immer besser. Und als kleiner Spoiler, also es hat auch was mit der Matrix zu tun, also dem Film. Ich werde euch auch beweisen, dass das Matrix offenbar nur eine Dokumentation gewesen ist und dass wir in der Zukunft, ja, als Batterien, als lebendige Batterien angesehen werden. Stellt sich natürlich auch die Frage, was mit dir passiert, wenn du, ja, nicht mehr die Energie leisten kannst, die sie, und damit meine ich die Elite, die das hier plant, von dir fordern. Aber ich greife zu weit voraus, beginnen wir erstmal am Anfang. Was bedeutet überhaupt Smart? Unter Smart City Charter denke ich so, ja, das ist eine intelligente Stadt. Smart ist der Begriff für Kontrolle und Überwachung. Deswegen auch Smartphone. Also überall, wo dieser Begriff Smart drinsteckt, steckt Militärtechnologie, beziehungsweise steckt das Militär dahinter. Man hat die Menschen abhängig gemacht und sie benutzen das Smartphone, aber das ging nicht darum, dass es den Menschen gut geht, sondern um die zukünftige Technologie ihnen schmackhaft zu machen. Und da kommen wir zu dieser sogenannten Digitalisierung, die sich ja auch hinter diesem Begriff versteckt, weil unter Digitalisierung verstehe ich, ja, also ein schnelleres Internet, ja, genau. Aber sie meinen mit der Digitalisierung den zukünftigen Transhumanismus. Und was Klaus Schwab ja schon mehrfach betont hat, die Verschmelzung unserer physischen, biologischen und digitalen Identität. Ergo, wir werden zu Cyborgs, zu Mischwesen. Und ob diese Mischwesen dann noch einen freien Willen haben werden, das wage ich zu bezweifeln. Aber das wird dann auch erst im künftigen antichristlichen Weltreich realisiert werden. Und eines ist natürlich auch ganz klar. Dieses Dokument ist hier öffentlich einsehbar. Das heißt, wir werden hier viele Schwurbelworte entdecken, die die wahre Intention verschleiern. Aber man kann trotzdem zwischen den Zeilen die Wahrheit erkennen. Nämlich, dass das, was sie mit dieser Smart City hier für uns geplant haben, keine Utopie ist, sondern eine Dystopie. Smart City Charter. Digitale Transformation in den Kommunen nachhaltig gestalten. Und so etwas kommt natürlich auch nicht ohne Vorwort aus. Und ich erspare euch den ersten Absatz. Ihr könnt das pausieren, da sind sehr viele Schwurbelworte drin. Und mir geht es hier um den zweiten Absatz, den ersten Satz, der sich doch ein wenig verräterisch gibt. Damit die Digitalisierung in den Kommunen dauerhaft trägt, wird es entscheidend auf die Akzeptanz durch die Nutzer und insbesondere durch die Menschen ankommen. Akzeptanz durch die Nutzer? Könnte das vielleicht dann eine Technologie sein, die nicht so gut für mich persönlich geeignet ist? Oder ja, die letztendlich mein Leben, was ich bisher gekannt habe, vollkommen auf den Kopf stellen wird, was mir meine Freiheit wegnehmen wird? Und vor allem auch meine Entscheidungsfindung, meine Persönlichkeit, meine Individualität? Fragen über Fragen. Aber das Wort Akzeptanz ist für mich hier verräterisch. Auf Seite 42 möchte ich euch eine Vision eines Teilnehmers vorstellen, beziehungsweise er hat es erarbeitet noch mit jemand anderem, wie er sich unser zukünftiges Leben vorstellt. Und Überraschung, Überraschung, das klingt alles nach, du wirst nichts besitzen und du wirst glücklich sein. Vom World Economic Forum. Die stecken alle dahinter. So, und er schreibt hier halt eben auch, dass ja die Menschen die Smartphones genutzt haben und irgendwann, ja, ist eine Technologie auch mal vorbei, beziehungsweise sie entwickelt sich weiter. Und es geht sozusagen hier uns schmackhaft zu machen, dass es irgendwann gar keine Smartphones mehr geben wird, sondern dass wir selber mit allem vernetzt sind. Das heißt, wir brauchen gar kein Smartphone. Denn wir sind vernetzt, wir Menschen. Wir Menschen mit allen anderen Dingen. Ich musste wirklich schmunzeln, weil es gibt ja auch Leute, die sich darüber lustig machen, dass ja Menschen wie ich auch davor warnen, dass Menschen künftig gechippt werden. Ja, das ist hier wirklich mit geplant. Und was man auch noch verstehen muss, ist diese ganzen hier Visionen oder auch Pilotprojekte, wie man das so nennt, implizieren, dass ich als Bürger eine Entscheidung, ja, dafür oder dagegen treffen kann. Es geht auch darum, dass der Mensch erstmal so beruhigt wird. Hier in diesem Text schreibt derjenige auch, ja, das wird auch erst in zehn Jahren stattfinden, nicht, aber das stimmt einfach nicht. Das ist einfach nicht wahr. Und was sie auch hier sehr gerne machen, ist nämlich, dass sie ganz besondere Begriffe dann auf Englisch beschreiben, ja, die, die dann einfach ein bisschen harmloser klingen als wie der deutsche Begriff, wie zum Beispiel Energy Harvesting. Da denkt man so, hm, Energie ernten. Ja, aber, aber wodurch? Es geht darum, dass du vernetzt bist und dass du mit deiner menschlichen Energie deine Existenz hier rechtfertigst. Aber nicht nur deine Energie, sondern du bist dann verbunden mit dem Internet und wirst vollständig, vollkommen kontrolliert. Das schreiben sie natürlich nicht ganz so. Wir haben ja noch dann die wunderbare KI, die künstliche Intelligenz, die das hier alles steuert und abruft. Sie schreiben zum Beispiel, Mit Energy Harvesting werden wir nahezu unbegrenzte Kapazitäten für Datengenerierung und Verarbeitung haben. Hierdurch werden die materielle und die digitale Welt ineinandergreifen. Siehe, was Klaus Schwab gesagt hat. Digital wird materiell und materiell digital. So wie bereits einige wichtige materielle Infrastrukturen ins Internet eingetreten sind, Autos werden via Uber mitbenutzt, Häuser via Airbnb. Vor diesem Hintergrund bleibt die Frage, wer das Internet kontrolliert, nicht nur eine des Datenschutzes. Da hat er recht. Wer kontrolliert denn das? Spoiler, Big Tech wird das machen. Ja, genau, Big Tech. Die jetzt schon ganz fleißig dabei sind, hier vieles zu zensieren und zu löschen. Die die freie Meinung jetzt schon sehr gut unterdrücken. Und was glaubt ihr, was sie dann in der Zukunft noch alles unterdrücken werden? Vor diesem Hintergrund bleibt die Frage, Heute sind wir darum besorgt, wer unsere Daten kontrolliert. Vielmehr sollten wir uns aber darüber Gedanken machen, wer unser physisches Umfeld kontrolliert. Unsere Straßen, Autos, Häuser, Türen, Schlösser. Wenn alle Internetsuchen mit Google getätigt werden, ist das noch einigermaßen irrelevant. Aber wenn alle Autos von Uber und alle Häuser von Airbnb betrieben werden, stellt sich die Situation ganz anders dar. Dies sind Fragen, mit denen wir uns beschäftigen müssen, wenn materiell digital wird. Versteht ihr, was er meint? Das ist der Plan aus Kanada. Ich weiß, ich werde nicht müde, das Ding hier zu erwähnen. Aber das ist hier die Enteignung. Von allem. Von allem, was wir besitzen. Weil er schreibt hier, aber wenn alle Autos von Uber und alle Häuser von Airbnb betrieben werden. Und glaubt ja nicht, dass die Leute in den Wohnungen verschont werden. Ich finde es auch immer sehr gut, dass sie dann sagen, ja, das sind Fragen, mit denen wir uns beschäftigen müssen. Nein, sorry. Du und ich werden nicht gefragt. Das wurde längst beschlossen. Das wurde längst beschlossen. Man kann sich das ja eigentlich nur noch durchlesen und dann eine Entscheidung treffen, ob man der Enteignung zustimmt oder nicht. Naja, und die Konsequenzen, wenn man dem nicht zustimmt, sollte ja auch jedem klar sein. Sie werden dann definitiv nicht abdampfen mit, ja gut, okay, sie überschreiben ihre Sachen eben nicht gut, wir wünschen ihnen noch einen schönen Tag. Ich habe für mich sowieso längst die Entscheidung getroffen. Und nein, ich werde dieser Enteignung niemals freiwillig zustimmen. Und natürlich werden sie mich dann enteignen, zwangsweise. Sie werden mir alles nehmen. Das weiß ich. Ich hoffe, dass der Herr die Kinder Gottes davor entrücken wird. Aber ich versuche mich geistig darauf vorzubereiten, wobei man kann sich nicht wirklich darauf vorbereiten. Aber ich versuche mich trotzdem in irgendeiner Art und Weise darauf zumindest ein bisschen vorzubereiten. Und deswegen ist es mir wichtig, auch hier darüber zu sprechen. Kommen wir zu den Visionen eines hypervernetzten Planeten. Wenn ihr das nicht schon heftig gefunden habt, wartet ab, was jetzt gleich kommt. Wie könnte ein solcher hypervernetzter Planet denn aussehen? Wir können einige Visionen oder Disruptionen beschreiben, die das Internet of No Things mit sich bringen kann. Super Resource Effizienz Society Eine Gesellschaft, in der kein Gebäude leer steht, sondern die ganze Zeit optimal genutzt wird. Auch fahren keine Autos mehr leer. Neue Geräte und Maschinen generieren ihre eigene Energie. Für diejenigen, die an Energy Harvesting Sensoren arbeiten, erscheint die Diskussion über zentralisierte große Kraftwerke sinnlos. Tja, weil sie den Menschen als Ressource ausgemacht haben. Wie in Matrix. Sie verraten sich auch schon im ersten Satz, wenn sie sagen, eine Gesellschaft, in der kein Gebäude leer steht, sondern die ganze Zeit optimal genutzt wird. Wie war das mit, wenn ich unterwegs bin, wird mein Wohnzimmer für Geschäftsbesprechungen benutzt. Ja, von wildfremden Menschen, weil es ist ja nicht mehr deine Wohnung. Man versucht das hier uns schmackhaft zu machen, nach dem Motto, ja, es geht hier um Klimaneutralität. Aber Klimaneutralität ist der größte Schwachsinn, der je auf dieser Erde existiert hat. Weil das ist nicht machbar. Das ist nicht möglich. Und ich betone es nochmal, die Pflanzen brauchen CO2. Man hat es geschafft. Man hat es geschafft, den Menschen einzureden, ja, Klimaneutralität ist was Gutes. Ich komme aus den Kopfschütteln nicht raus. Post-Choice Society Künstliche Intelligenz ersetzt Wahl. Wir müssen uns nie entscheiden, einen bestimmten Bus oder Zug zu nehmen, sondern bekommen den schnellsten Weg von A nach B. Wir werden auch nie unsere Schlüssel, Geldbeutel oder Uhren vergessen. Ist das nicht schön? Tja, vorbei mit Fahren wir über Land? Da können wir noch die Landschaft genießen oder Machen wir da nochmal einen kleinen Stopp? Oder Schauen wir uns das nochmal an, spontan. Ist nicht mehr. Ist vorbei. Von A nach B. Und am besten nur Du fährst zu deiner Arbeitsstelle und von deiner Arbeitsstelle fährst du nach Hause. Oder nein, sorry. Du fährst dann dorthin, wo man dir einen Platz zuteilt. Weil du besitzt ja keine Wohnung mehr. Ach ja, das ist wirklich die Existenz einer Ameisen-Arbeiter-Drohne. Und die haben ja auch keine eigenen Gedanken, ne? Die werden ja auch gesteuert. Genau das haben sie hier für uns vor. Auch dieses, wir werden nie unsere Schlüssel, Geldbeutel oder Uhren vergessen. Woher wissen sie das? Ich gehe davon aus, das hat dann was mit dem Chip zu tun, die man uns implantiert. Man wird uns dann einfach von A nach B hinschicken und wir sind dann da für diese Zeit. Und wenn diese Zeit abgelaufen ist, dann fahren wir zurück in eine eingeteilte Wohneinheit, wo wir dann schlafen dürfen. Ja, essen dürfen wir auch noch. Aber natürlich nur vegan, das ist ja ganz klar. Das war's mit Fleisch. Wird's für uns nicht mehr geben. Und deswegen brauchen wir auch keine Uhr. Post Ownership Society Dank der Informationen über verfügbare geteilte Waren und Ressourcen macht es weniger Sinn, etwas zu besitzen. Vielleicht wird Privateigentum in der Tat ein Luxus. Daten könnten Geld als Währung ergänzen oder ersetzen. You will own nothing and you will be happy. Ja, genau. Da kommen sie mit der Information rüber. Post bedeutet danach. Wir erleben jetzt eine Gesellschaft, die noch an den Dingen hängt. Ich meine, Besitz und so weiter ist ja alles sowas von 2012. Wir werden irgendwann vor verendeten Tatsachen gestellt werden. Und der Satz, vielleicht wird Privateigentum in der Tat ein Luxus. Ja, natürlich. Ratet mal, von wem ihr alles mieten werdet. Das wurde von dem 0,1% der reichsten Menschen auf dieser Welt hier entschieden. Das ist die totale Versklavung der Menschheit. Und sie haben das für die Ewigkeit geplant, aber da wird Gott ihnen einen Strich durch die Rechnung machen. Das finde ich sehr gut. Post Market Society Im Grunde genommen sind Märkteinformationssysteme, die Ressourcen zuteilen. Als Informationssystem funktioniert ein Markt jedoch sehr einfach. Er übermittelt nur, dass eine Person dies oder das gekauft hat. Wir wissen aber nicht, warum. Künftig können Sensoren uns bessere Daten als Märkte liefern. Der Markt funktioniert sehr eingeschränkt. Er übermittelt nur, dass eine Person dies oder das gekauft hat. Wir wissen aber nicht, warum. Und ihr habt es auch nicht zu wissen. Das ist mein Privatleben. Ihr habt nicht zu wissen, warum ich dieses oder das gekauft habe. Aber im zukünftigen, wunderbaren, totalitären, antichristlichen Weltreich wird der Mensch eben vollständig kontrolliert und natürlich auch das, was er kauft. Beziehungsweise ich gehe sowieso davon aus, dass manches dann einfach so zugeteilt wird. Das heißt, wir werden ja dann auch einen wunderbaren Social Credit Score auf der Basis der Klimaneutralität bekommen. Dazu mache ich aber dann noch ein anderes Video. Und je nachdem, wie man sich verhält, bekommt man dann manches mehr zugewiesen. Und ja, wird dann natürlich aber auch gegebenenfalls bestraft, wenn dann dein CO2-Konto überzogen wird. Ist echt schön, ja. Ach ja, übrigens, also das gilt natürlich aber auch alles nur für uns. Also der Pöbel, ne. Die Reichsten der Reichen werden immer noch weiterhin herumfliegen und ihre Steaks essen und Champagner trinken. Und ja, das hier gilt für uns. Das Schlimmste ist, dass es Menschen gibt, die denken, dass Klimaneutralität etwas Gutes ist für die Umwelt. Und ja, das sind einfach Menschen, die sind auf die Gehirnwäsche hereingefallen. Also die sind gehirngewaschen. Es geht wirklich im Kern darum, die bestehende Gesellschaft, die bestehende Ordnung, auch die Ordnung, die Gott gegeben hat, abzuschaffen. Radikal abzuschaffen. Ja, diese Satanisten machen das sehr klug. Zuerst geht es um die Verbrenner und dann werden sie höchstwahrscheinlich uns die Haustiere wegnehmen, weil sie dann sagen, ja, die verbrauchen auch zu viel CO2. Ja, ich habe vor ein paar Tagen ein Video gesehen aus England, wo sie tatsächlich gesagt haben, dass ein Hund so viel CO2-Schadstoffe ausstößt wie zwei Kleinwagen und eine Katze tatsächlich wie ein Kleinwagen. Und das ist so lächerlich, so bescheuert. Aber es wird halt eben in den Medien beworben. Und ja, die Menschen glauben das. Die meisten Menschen glauben ja auch immer noch, wir haben eine Pandemie. Insofern, man muss sich halt eben wirklich immer wieder von neuem vergegenwärtigen, dass das hier das kommende antichristliche Weltreich ist, welches gerade errichtet wird. Und in diesem letzten Weltreich, das Weltreich, welches der Herr Jesus Christus persönlich richten wird, wird es keinen Platz für Haustiere geben. Es wird keinen Platz für Liebe geben, für Barmherzigkeit. Das wird alles entsorgt werden, ja, wirklich. Post-Energy Society. Um ubiquitär genutzt zu werden, müssen Sensoren energieeffizient und energieautark sein. Wenn eine Datenrevolution stattfinden soll, muss Energy Harvesting, die Fähigkeit Energie auf Makro-, Mikro- oder Nanoskala zu generieren und zu speichern, Alltag werden. Und da haben wir das nochmal. Mit Energie ernten. Energie auf Makro-, Mikro- oder Nanoskala. Was glaubt ihr denn, wofür gerade hier diese ganzen Nanodinger hier entwickelt werden? Oder auch 5G. Oder auch in China schon 6G. Es geht eben darum, Energie abzugreifen. Und nicht nur von all den Dingen, die hier dann mit den Sensoren ausgestattet sind, sondern von uns selber. Ich gehe gleich nochmal gezielter darauf ein und zeige euch ein Patent von Microsoft, welches beweist, dass sie schon seit längerer Zeit daran arbeiten. Der sechste Punkt sagt es alles aus. Post-Voting Society. Da wir, wer ist eigentlich wir? Wer ist eigentlich wir? Ach stimmt ja, das sind ja die Leute, die in dem kommenden antichristlichen Weltreich die Cyborg-Menschen kontrollieren werden. Da wir genau wissen, was Leute tun und möchten, gibt es weniger Bedarf an Wahlen, Mehrheitsfindungen oder Abstimmungen. Verhaltensbezogene Daten können Demokratie als das gesellschaftliche Feedback-System ersetzen. Das muss man sich mal vorstellen. Die KI rechnet einfach für dich aus. Du bist Grünen-Wähler. Und innerlich denke ich so, nein, bin ich nicht, auf gar keinen Fall. Ja, aber es wurde schon entschieden, du bist Grünen-Wähler. Es wird für dich gewählt. Wie totalitär möchten sie heute ihre Wahl haben? Und dann gehen wir noch einmal kurz auf Energy Harvesting ein. Cryptocurrency System Using Body Activity Data. Also Kryptowährung, die Körperaktivität nutzt. Und das ist ein Patent von Microsoft. Wir gehen mal auf Beschreibung. Und dann werde ich das gleich mal ins Deutsch übersetzen. Also das ist natürlich hier ein bisschen länger, aber es gibt hier so eine kleine Zusammenfassung. Die lese ich dann vor. Einige beispielhafte Ausführungsformen der vorliegenden Offenbarung können die Aktivität des menschlichen Körpers, die mit einer, einem Benutzer bereitgestellten Aufgabe verbunden ist, als Lösung für Mining-Herausforderung im Kryptowährungssystem verwenden. Beispielsweise kann eine Gehirnwelle oder Körperwärme, die vom Benutzer abgegeben wird, wenn der Benutzer die von einem Informations- oder Dienstanbieter eine bereitgestellte Aufgabe ausführt, wie beispielsweise das Anzeigen von Werbung oder das Verwenden bestimmter Internetdienste im Mining-Prozess verwendet werden. Anstelle eines massiven Rechenaufwands, der für einige herkömmliche Kryptowährungssysteme erforderlich ist, können Daten, die auf der Grundlage der Körperaktivität des Benutzers generiert werden, ein Arbeitsnachweis sein und daher kann ein Benutzer das rechnerisch schwierige Problem unbewusst lösen. Dementsprechend können bestimmte beispielsweise Ausführungsformen der vorliegenden Offenbarung die Rechenenergie für den Abbauprozess reduzieren, sowie den Abbauprozess beschleunigen. Das bedeutet, sie können dich theoretisch zwingen, bestimmte Werbung oder auch Propagandasendungen anzusehen, weil nur diese Geld generieren. Sie können dich aber auch bestrafen, indem sie dir einfach digitale Währung abziehen, wenn du dir Sachen ansiehst, die sie als schädlich für dich erachten. Ja, und die Frage ist natürlich, ja, das ist die 1-Million-Dollar-Frage. Welcher Mensch lässt sich denn freiwillig einen Chip implantieren, um mit seiner Körperwärme künftig eine Kryptowährung zu generieren, belohnt zu werden, wenn er bestimmte Sachen ausführt oder auch gegebenenfalls bestraft zu werden, wenn er manche Sachen nicht ausführt oder auch wenn er sich manche Werbung oder auch Sendung nicht ansehen will? Das ist hier die 1-Million-Dollar-Frage. Und da kommen wir zu dem Knackpunkt, was ich auch schon mehrfach gesagt habe. Wer das Mahlzeichen annimmt und das hier wird alles mit damit verbunden sein, da gehe ich fest davon aus. Wer das Mahlzeichen des Antichristen annimmt, wird keinen freien Willen mehr haben. Natürlich kann das hier eine Vorschau sein. Ich sage jetzt nicht, dass das hier das Mahlzeichen ist. Aber man wird die Menschen so weit bringen, dass viele sich lieber versklaven lassen, damit sie wenigstens noch in diesen Städten leben dürfen, als diejenigen, die sich dem verweigern und die dann in die Lager kommen. Die Bibel sagt, dass das hier das letzte Weltreich ist und das wird das grausamste Weltreich sein, welches seit Beginn der Weltzeit existiert hat. Und man braucht sich gar nicht die Geschichte des Dritten Reiches anzuschauen. Mao war für Millionen seiner Untertanen verantwortlich für deren Tod. Und wir bekommen das chinesische System. Es ist getarnt als grün, als grünes, wunderbares System. Es ging nie um Umweltschutz. Nie. Ich zeige euch hier einen Screenshot von 1890. Das bedeutet, das CO2 ist offenbar gar nicht angestiegen. Und auf der anderen Seite, das ist die Karotte. Das ist die Karotte, mit der sich viele Menschen in die totale Kontrolle führen lassen werden. Ich persönlich weiß, welchen Weg ich gehe. Denn der Herr, der Herr ist mit mir, bei mir. Er wird mich niemals verlassen. Und dafür bin ich ihm wirklich sehr, sehr dankbar. Wenn du noch keine lebendige Beziehung zum Herrn Jesus Christus geschlossen hast, dann sollte er jetzt langsam der Zeitpunkt kommen. Die Bibel wird sich erfüllen. Aber auch dahingehend, dass Jesus Christus sichtbar wiederkommt eines Tages. Und er wird alle richten. Er wird alle richten, die das hier geplant haben und die dem Antichristen die Knie gebeugt haben. Und er wird diejenigen retten, befreien, die diese sieben Jahre hier überstanden haben. Es werden viele getötet werden in der kommenden Weltzeit, die sich zu dem Herrn Jesus Christus bekehren. Und Europa wird garantiert im Epizentrum sein. Der Papst bereitet gerade die eine Weltreligion vor. Und genauso wenig, wie ich mich spritzen lassen werde, genauso wenig werde ich mir irgendeinen Mikrochip implantieren lassen. Insofern, für mich ist der Weg vorgezeichnet. Und ich bin dankbar, dass der Herr mir die Augen geöffnet hat, dass ich das Böse hier erkennen darf, dass ich auch die Weltzeit erkennen darf. Leider schlafen viele Geschwister, ich weiß nicht warum. Viele denken, dass sie bald ihr altes Leben wiederleben dürfen. Aber ich sag's nochmal, das alte Leben, was wir gekannt haben, das ist vorbei. Spätestens ab September geht es mit den Klima-Lockdowns los. Wie ich das ja bereits vor einigen Wochen veröffentlicht habe in einem Video, hat mich jetzt sozusagen das Bundesverfassungsgericht bestätigt. Alles muss seinen totalitären Weg gehen, weil die Bibel wird sich erfüllen. Aber eben auch dahin gehen, dass Jesus Christus sichtbar wiederkommen wird. Ich hoffe, dass du ein Kind Gottes bist. Und wenn du noch keinen Frieden mit Gott durch das Opfer am Kreuz von Jesus Christus geschlossen hast, dann kann ich dich bloß dazu aufrufen, die Bibel aufzuschlagen und sie zu lesen. Fang im Neuen Testament an, die vier Evangelien, zum Beispiel das Johannesevangelium, finde ich sehr gut geeignet als Einstieg. Bete zu Gott, dass er sich dir in seinem Wort offenbaren möge. Er wird es tun, wenn du es ehrlich meinst. Denn die Gnadenzeit läuft ab. Und niemand kennt den Tag und die Stunde, an dem der Herr seine Kinder in den Himmel nehmen wird. Denn dann ist die Gnadenzeit abgelaufen. Und dann wird die schlimmste Weltzeit hier auf dieser Erde anbrechen. Und es ist vollkommen egal, wie schön das Wetter momentan ist, wie viel Sonnenschein hier gerade scheint. Es wird geschehen. Ich mache hier diese Videos, um zu warnen. Ich hoffe, du bist ein Kind Gottes. Denn wenn du ein Kind Gottes bist, dann brauchst du vor dieser kommenden Weltzeit keine Angst zu haben. Denn ich weiß, wer ich in Christus bin. Und ich weiß, dass der Herr mich durch alles hindurchführen wird. Und alles, was mir widerfährt, dient zu seiner Ehre. Möge der Herr dich vor dem Bösen bewahren und dir die Wahrheit zeigen, solange noch Zeit ist.